Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Wir haben hier noch ein Fest am Laufen, warten auf die anderen. Müssen wir uns ja nach Mechin. Schauen wir mal das Dorf an. Vorrede, ah da haben wir ein Kornkaufbeis, nein. Prima. Dorfzentrum. Gehen wir noch in ein anderes Dorf am besten. Aufgaben. Nichts. Ja, gehen wir kurz nach Torstein. Ja, heute haben wir einiges zu tun für das Dorf. Wir wollen ja einen heiraten, dem das Dorf gehört, dass wir wenigstens ein Ding bekommen. Außerdem, ja, müssen wir noch Krieg führen wahrscheinlich, zum Marschall gehen. Dem folgen und irgendwelche Scheißquests machen. Was haben wir hier, der Shavi? Du brauchst mal ein paar Sachen, hä? Tja, 18, 21. Was hast du denn für einen Bogen? Guten Bogen, gut. Das hier noch, hä? So. Äh, ja, ich wollte es hier auskennen. Du hast wahrscheinlich, äh, Stangenwaffen nicht mal. Äh, ja. Müssen Spuren suchen, ne? Prima. Und hier wollte ich Bogen schießen für sie. Nehmen wir... Ah, der starb weg. Und... Ja. Dann haben wir Sklavenjäger, Sklavencrusher, Milizfussautat. Die anderen haben noch keine, hä? Schauen wir mal hier. Das ist auch ein schönes Dorf. Okay. Dann haben wir die Quest schon erledigt, hä? Prima. Na, nicht der Echus. Nur da müssen. Ah, ist das schön. Wenn das Spiel so gut läuft, dann ist es wirklich ein Top-Spiel. Das macht sowas von richtig gut Laune. Der Klagos kommt. Ja, schauen wir nochmal. Haben wir neue? Der ist, glaub ich, neu. Der Regas. Ja. Prima. Die sind nicht neu, hä? Einen Goff hatten wir gehabt. So, der ist auch, gell. Ja. Also, dann kommt der Klagos und der Montevar. So. Schauen wir mal. Der Klagos ist wahrscheinlich der mit dem Mantel. Montevar. Äh. Äh. Montevar. Ja, der Rest muss ich ja nicht treffen. Beranz geht weg. Also auf jeden Fall müssen wir jetzt nach Uxal und ins Dorf. Ja, irgendwann wird es schon nochmal ein bisschen Zeit für ein kleines Dörfchen, hä? Oh je. Ja, hallo Bandit, hm. Geht ihr komisch abhauen. Danke. Da passiert nichts, hä? Hm, also Elida. Oh, der komplizierte, kann man das nicht umbenennen? Ja, aber muss jetzt nicht so bieten. Wir kommen ja Geld über. Auch für die Dinger. Also jetzt müssen wir schauen, wo die Bauern hingehen, hä? Aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal kurz ins Dorfzentrum. Mal gucken, wie viel wir bekommen. Wir haben 15, hä? Was? Hä? Sind das jetzt nicht Getreide? Oder gibt's wirklich Getreide und die sind extremst selten? Ja, ist so nicht drauf. Ah, wir können kurz schauen, genau. Deblian. Deblian. Oh, Deblian. Deblian ist der, gell? Naja. Er ist es. Das ist der Marschall gewesen. da müssen wir auch noch hin, genau jetzt endlich mal, hey Gott, oh Gott die nur ein bisschen häufiger werden wow, haben wir Geld verdient Buchhändler brauchen wir noch nicht genau wegen den Büchern, wo die Intelligenz der Auffahrt bist du okay tja ah äh, Burg und dann zurück genau richtig Küche gut euch wieder zu sehen ich habe gehört, dass ihr die Linde erfolgreich abgeliefert habt ich werde dann mitteilen, wie vernachlicht äh, wie verlässlich ihr seid und hier ist eure Bezahlung 279 ist nicht so viel Jalen nein, das nehmen wir jetzt nicht keine Beer Quest schade, ich hätte die Beer Quest gerne angenommen, aber nein kurz mal äh, speichern so prima, prima, prima na, was hat ihr? los, vorwärts zu wenig Krawanenmeister getötet weshalb ist er da hinten gewesen so wie den Krawanenmeister siegt verwundert gut, schon geschafft wir sind wieder rot angemalt ja, wieder weg Bevölkerung akzeptiert uns auch, super Schmierer ähm, du bist STV Handel wir nehmen Intelligenz C Schlagkraft und Eisenschwarte Zweihand ah wir nehmen Stärke Schlagkraft und wir nehmen Wendigkeit Waffenmeister Einhandwaffen ist wichtiger so also Lagerverteidiger Klingenschwestern ist wichtig wir brauchen wieder mehr Frauen wir müssen wieder Banditen jagen die Gefangene haben also dann gehen wir nach Suna um Deviljan zu holen also heiraten haha als Frau zu spenden macht Boundblade Warband richtig geil ich finde das Banner immer wie toll wir haben es ja im letzten Part aussehen ausgewählt und ich finde das super also es ist richtig unauf unauffällig ähm unauffällig also Devliat also Marshal ist Deckland geworden ok schade so zuzge ein mehr rein was machst du da da oben hmmm hier sind alle alles noch zuzge wenn das Let's Play ein bisschen beliebter wird oh es muss ein bisschen beliebter werden wieder es schauen nur noch ungefähr fünf Leute zu ein bisschen weniger aber vor allem wenn die Leute ähm ja mehr Lust haben das Video zu schauen und so Kommentare schreiben und so weiter dann würde ich das so genießen weil es läuft so gut ich werde eventuell mal ein bisschen im Livestream spielen aber dann werde ich wahrscheinlich den Mod ähm Floys Mod wieder spielen weil das mach mochte ich damals so richtig schwer der Mod ist gar nicht schwer für mich aber ich habe ja auch viel gelernt wieder wer geht gegen kann hat wer geht mal kommen da mirkaut dich habe ich noch nie gesehen ok devlion rindy wie gehst du rindy wieso gehst du hier nach oben ich frage ich frage mich manchmal was die treiben da hat sich eine Frau ja eigentlich haben alle Frauen aber ich muss muss ihn irgendwie rumkriegen ich brauche einer ich muss das Dorf haben das ist das wichtigste da bist du ja da bist du ja eigentlich habe ich dir mal getroffen ja toll ok Rochebad das ist die gleiche Quest die ich machen musste in der Kopie was ich ein bisschen ausprobiert habe das ist jetzt Englisch es ist riskierend äh ja ich muss zu Harlingot aha ist zu Hause also scheinbar habe ich jetzt weil wir ja nicht im Krieg sind keine Quests mit dem Masha das kriegst du hier runter das ist ja mega stein ich will einfach noch Ruxal also los hopp jetzt sind wir endlich wieder schneller Fedner also jetzt fängt einfach das Schwere an wir müssen Sachen blinden und alles mögliche aber Geld haben wir jetzt gerade noch genug aber wir müssen mehr haben ich brauche gute Waffen und Ausrüstung für die großen Kämpfe das wird schwer so wenig ich kann Brot ich kann Brot nicht verkaufen weil ich Brot gekauft habe das bin oh so scheiß Quests da ist Hagenkopf also wir müssen in Suno müssen wir Quests annehmen vom Gatenmaster das ist sehr wichtig da ist er hast du viele ich hoffe man muss nicht gegen den Kämpfe mit 151 naja nur im Duell gell muss ich da zum König gehen das geht eins und aus Hey, jetzt komme ich gar nicht mehr draus. Arochaba, hä? Habe ich das falsch gelesen? Oh je. Die sind nämlich fast gleich. Burklen, ist doch in der Nähe, oder? Langsam ist meine Konzentration wieder am Arsch. So ein Scheiß. Da. Also gehe ich nach Suno. Ah, muss mir ein Rochenbad. Nein, ich gehe nicht weg, jetzt. Nein. Die werden sowas von unterlegt sein. Ich hoffe, das stirbt nicht draus, das reicht. Also ich habe jetzt nur noch zwei. Die haben etwas gefressen. Ja, so kann ich die Quest leider nicht annehmen. König Haras. Graf Raffat. Oh je. Hm. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ich glaube, diese Quest ist mir zu scheiße. Das ist zu schlecht. Es ist sie halt ein bisschen. Oh, fehlend ist. Oh. Ja, peinlich. Das haben wir nicht auf Ehrenwort angenommen. Das haben wir auf Ehrenwort genommen. Weil wir das drauf gerne hätten. Oh je. Nein, so ein Scheiß-Quest. Nein, danke. Ja, jetzt muss ich. Oh, Großer Bart ist schwer. Ja, ja, wir nehmen dann aber ein Schwert. Es gibt ganz starke Schwerte, aber pfff, die gibt es einfach hier in diesem Spielstand nicht, hä. So. Gehildenmeister. Der Rest auch nicht hier. Gehildenmeister. Aber immerhin haben wir ein Pferd. Sonst haben wir manchmal kein Pferd. Aus aller kuriosen Weise. Pferde. Ah, ja, stimmt. Das sind die Pferdehändler. Pferde beim Händler. Vielleicht hier. Waffenmeister. Der Rüstungsmeister eher. Ja, toll ist der wahrscheinlich auch. Hoffentlich auch gut erreichbar. Aha. Ja. Dankeschön. Kommen wir nicht mal hoch als Pferd. Ist das schlecht gemacht. Da ist er, hä? Ja. Tollga. Ist auch weit weg. Tollga ist also dabei ja allem gewesen vom Vor. Sicher nicht hier. hm. Sheet. Roben die vieles, ey. Tja. Tja. Jetzt müssen wir gut suchen, hä. Helft mir ein bisschen. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Also Tollga haben wir hier. Ist doch Tollga. Okay, nicht Tollgin, sondern Tollga. Stimmt. Da waren wir am Anfang, aber ich habe es nicht mehr so im Kopf. Also, wir müssen zum, ähm, komm mal kurz da. Rochabat und Rulunz retten. Dann machen wir das nochmal kurz hier in Rulunz. Dann haben wir die Quest, äh, den Part Leiter zu Ende. Aua. Mein Auge tut mir. So ein Scheiß. Hm. Ja, wir haben die längste Waffe, hä? Nein. Diesmal. Mega heiß hierhin. So. Also, dann müssen wir weiter, hä? Wir können noch ein bisschen weitermachen. Der Raffach ist hier. Können wir gleich mal ihn anreden. Dann machen wir am besten die Quest, dann, hä? Noch. Ist das jetzt gerade ein bisschen weit weg, hä? Nicht sichtbar vorn. Wir brauchen bitte noch einen, der uns sagt, oh, dieser Raffen, ach, Menoe, das ist der Name, Rochabat. Und der Linear noch ansprechen. Da bist der schon. Come with Stark sieht man heute noch wieder viel besser. Ich brauche diesen Haring-Gott. Okay. Zwei, ähm, Krieger stehen uns bevor. Nein, das ist der Falsche wieder. Nein, das ist der Falsche wieder. Sonst, sonst habe ich dann im nächsten paar, keine Ahnung mehr, weil es in der Zeit geht. Ähm. Ja. Bis denne, hä? Tschüss.